hey guten tag herzlich willkommen zum dritten teil der ostereier vintage challenge mit kreide feier kreidefarbe vintage ostereier challenge muss es natürlich heißen und ja du wirst hier heute bei mir sehen wie man ostereier richtig nett vintage damit sie nicht peinlich aussehen in den letzten beiden tagen habe ich das schon ausprobiert mit kreidefarbe von jean d'arc und mit kreidefarbe vom discounter heute mit kreidefarbe von annie slow hallo brigitte hallo vera schön dass ihr da seid beim vintagen mit annie nein mit jean d'arc haben wir zum beispiel diesen flotten hasen schon erstellt ok ich finde solche ostereier sind wirklich nicht mehr peinlich oder auch dieses hier bei der challenge mit der kreidefarbe vom discounter hat es dann so ausgesehen und wie ich finde schon recht gelungen so ja und heute ist nun annie sloan dran und ich habe für diese challenge ostereier gekauft weil die sind eigentlich so schlecht nicht aus also man könnte sie auch schon so an einem osterstrauch hängen aber natürlich nicht wenn man kreidesfarbe spezialist ist und das bin ich eigentlich eher kein bastler sondern eigentlich mache ich eher solche sachen wie dieses regal hier das war mal ein billig regal und das habe ich zu einem vintage regal gemacht und normalerweise wie gesagt bastel ich nicht aber spezielle zeiten erfordern spezielle dinge wir haben corona zeiten alle sitzen zu hause und ich dachte vielleicht ist das ganz nett wenn wir mal ein bisschen was anderes machen als nur trübsal zu blasen und warum nicht mal ostereier malen denn nächste woche ist tatsächlich schon ostern und das wetter ist ja auch super wie sieht es bei euch aus ist es euch schwer gefallen heute zu hause zu bleiben ja hallo gary ich habe das glück ich konnte in den garten gehen und habe ein bisschen im garten gefummelt aber jetzt ist ja windet schon dran und dieses ostereier bekommt jetzt erstmal eine farbe ich habe mir dafür diesmal annie sloan farben ausgesucht und werde dieses ostereier jetzt mal kurz anmalen die annie sloan farbe ist sehr schön dickflüssig und zeig euch mal wie gut die gleich deckt schon beim ersten auftrag das hatten wir auch bei den farben von jeanne dark nicht ganz so zufriedenstellend bei den kreidefarben vom discounter aber hier geht es wirklich sehr schön ich hoffe ihr seht das gut wie man so ein osterei anmalt ist ja nun wirklich keine kunst aber wichtig ist ja zu sehen deckt die farbe und ich würde sagen das sieht man das tut sie diese kreidefarbe ist übrigens frei von irgendwelchen lösungsmitteln darum hat sie keinen unangenehmen geruch und man kann sie sogar im schlafzimmer verwenden ich meine schon versucht im schlafzimmer ostereier zu streichen wahrscheinlich nicht aber auch in der küche beispielsweise ist das überhaupt kein problem mein osterei ist lila ist sofort gut deckend prima und jetzt muss es trocknen bevor ich weiterverarbeiten kann und damit ihr darauf nicht warten müsst habe ich genau das gleiche schon einmal vorbereitet so sieht es in getrocknet aus hat gut gedeckt prima damit so ein osterei jetzt aber nicht einfach ein angemaltes osterei ist sondern ein vintage osterei kriegt es von mir ornamente habt ihr schon hier gesehen oder auch hier das sieht natürlich gleich viel cooler aus als wenn man einfach nur so ein angemaltes osterei hat also ich glaube das hat gegen die beiden keine chancen darum kriegt es jetzt auch ein ornament und das geht super easy und zwar mit selbst härtender modelliermasse ich habe meine bei action gekauft es gibt aber auch eine sehr schöne bei idee kann man online bestellen kostet irgendwie vier euro so eine packung kommt man für bestimmt 30 ostereier dicke mit aus und daraus modelliere ich jetzt ein ornament zum modellieren verwende ich sehr gerne und mit viel erfolg die wunderbaren formen von allen orchid design zum beispiel sehr passend für ostern mit einem hasen hier könnt ihr den sehen oder auch einen hahn finde ich auch klasse und den hahn werde ich jetzt mal gleich modellieren wenn ihr jetzt noch zu ostern das machen möchte und braucht das material ihr könnt das bei idee bestellen die liefern ziemlich schnell man kann diese modelliermasse auch selber herstellen aber ich habe eine anleitung internet gesehen man braucht dafür klebstoff und toilettenpapier wer etwas dafür hergeben möchte kann also auch diese selbst härtende masse selber machen gute anleitungen anleitungen gibt es bei youtube ich habe es selber noch nicht probiert weil bei dem preis dachte ich will ich den schweinkram mit toilettenpapier und kleber eher wohl nicht ich habe jetzt diese masse ein bisschen wie früher die knetmasse zwischen den händen gerieben und drücke sie jetzt in meine form rein zeige ich euch gleich mal ich habe die form übrigens vorher ein bisschen mit das ist schief gegangen mit speisestärke aus gemäht dann lässt sich das besser wieder lösen so ich drücke das jetzt mal ordentlich rein dann sieht das ein bisschen unordentlich so aus und dann kann man mit einem spachtel einfach die überreste vorsichtig abnehmen und kann dann ganz einfach dieses hähnchen hier rausholen wenn ihr jetzt sagt mein gott was soll ich denn alles bestellen für diese blöden ostereier eine liebe kundin von mir die nimmt dafür einfach ihre backformen so keks backformen und sticht damit was aus so häschen herzchen oder was ich auch schon mit viel erfolg und gerne probiert habe ist so eine silikonform für kuchen dekoration damit habe ich zum beispiel diese kleinen überhaupt nicht kitschigen engel produziert also ihr müsst nicht unbedingt die ein ort design formen nehmen die so genau das hier war das was ich euch gezeigt dass von ein ort design gibt es auch von prima redesign nein ich werde euch nachher unter mein video ich werde das noch mal extra posten und werde die ganzen bezugsquellen drunter setzen wenn ihr das nachmachen möchtet möchtet wisst ihr wo ihr alles finden könnt so wo ist mein hähnchen geblieben hier liegt mein hähnchen hier ist es und das kommt jetzt auf mein ei und dafür benutze ich einfach ein kleber ein hobby kleber und streiche damit mein ornament gut ein so und kann es dann direkt auf das ei kleben das ist natürlich sehr angenehm weil diese masse völlig biegsam ist die ist ja eben noch in der form gewesen und lässt sich jetzt sehr gut dem ei anpassen ich drücke das an den rändern so ein bisschen an dass überall gut fest sitzt so ja das sieht sehr schön aus das ganze sollte man jetzt trocknen lassen und zwar am besten einmal über nacht darum hänge ich dieses ornament erstmal weg aber ich habe genau das gleiche schon vorbereitet mit einem anderen ornament so sieht es aus und ist hier völlig fest alles gut und das kommt jetzt natürlich ein bisschen farbe damit es nicht so langweilig aussieht ich habe mir dafür ein hellgrün ausgesucht wiederum von anis lohn deren farbe ich ja heute hier mit euch teste pinsel und los geht's die anis lohn farbe ist ziemlich dickflüssig was ganz angenehm ist weil man sie dadurch man kann man kann die schön dick auftragen und braucht keine angst zu haben dass sie einem wegläuft das ist sehr schön es gefällt mir sehr gut wenn das ein bisschen wie ihr hier seht klebt macht überhaupt nichts vintage ist ja nur ein anderes wort für ein bisschen unordentlich und das ist eigentlich sehr nett man braucht sich nicht so viel Mühe zu geben man kann ein bisschen rumschweinigeln denn das ist ja auch Ostereiermalen ist ja nun nicht irgendwie Picasso Art wir wollen ja einfach nur ein bisschen Spaß haben uns ein bisschen ablenken von dem gegenwärtigen Weltgeschehen oder ablenken lassen und ein bisschen Spaß haben und wenn doch mal grob was daneben geht so wie hier dann kann man einfach mit einem feuchten Schwämmchen das wegwischen ganz easy auch das hier müssen wir jetzt natürlich leider erstmal wieder trocknen lassen und könnte es nicht weiter bearbeiten ich muss das mal kurz zur Seite hängen aber ich habe natürlich schon einen Ersatz dafür vorbereitet und hier da habe ich jetzt nicht hellgrün genommen sondern quietschblau und so ist das natürlich noch nicht so richtig toll sieht noch so ein bisschen aus wie wie wir das als Kinder gemacht haben und wir wollen natürlich jetzt coole Vintage Ostereier und keine Kinder Ostereier und dafür gibt es ein paar Tricks zunächst einmal können wir dieses Ornament ein bisschen mit einem groben Schwamm aufrauen und dadurch seht ihr schon zeigt sich ein bisschen mehr Struktur nicht viel aber es sieht schon interessanter aus ganz besonders schön ist es auch wenn man jetzt mit Wachsen arbeitet und Kreidefarbe sollte man immer einmal mit Wachs versiegeln diese Farbe das hört ihr auch die ist grobporig und die bleibt wasserlöslich bis man sie versiegelt was wir jetzt tun werden und zwar mit einem klaren Wachs das sieht so aus man kann natürlich auch Möbelwachs nehmen wenn du einfach Möbelwachs im Haus hast nimm das ruhig für meine Möbel die ich mit Kreidefarbe anmale würde ich es nicht nehmen weil es oft gelblich ist aber vor allem das Bienenwachs aber bei Ostereiern nehmen wir einfach das was wir da haben so und jetzt kriegt mein Osterei eine ordentliche Schicht aus klarem Wachs damit die Farbe versiegelt ist und nicht wieder runter kommt das darf ruhig reichlich sein ist auch eine gute Handpflege gleich so der Effekt ist noch nicht so der Kracher aber jetzt kommt das Zaubermittel und zwar ist das ein Soft Wachs ein dunkles antikes Wachs und wenn du kannst im Hause was kannst du einfach das Wachs nehmen das du hast zum Beispiel ein Möbelwachs und bröselst einfach ein bisschen Asche rein das kann Zigarettenasche sein das kann Asche sein indem du einfach ein Blatt verbrennst einfach ein bisschen Asche rein und sofort wird dein Wachs dunkel und ich nehme jetzt dieses dunkle Wachs und trage das ganz ganz großzügig auf mein Osterei auf wenn du jetzt denkst mein Gott was macht sie da dann muss ich sagen das weiß ich auch grad nicht mir fehlt nämlich jetzt ein Tuch das habe ich leider vergessen vorzubereiten aber sowas ist bei mir nie weit weg ich werde gleich eins finden eigentlich wollte ich für mein Video natürlich ein frisches weißes Tuch haben ich nehme jetzt ein benutztes weil ich das leider vergessen habe vorzubereiten und egal mit einem Tuch mit einem weichen Tuch du kannst dafür auch gerne ein Küchentuch nehmen wische ich jetzt mein Ornament einmal ab und dann siehst du dass in den Vertiefungen überall das dunkle Wachs geblieben ist und dem Ganzen eine sehr schöne Struktur verleiht aber das ist noch nicht genug das ist mir noch nicht Vintage genug darum werde ich jetzt noch etwas Gold darüber auftragen ich benutze ein Patina Gold das ist von Idee wie auch der Knetmasse und da gehe ich einfach mit dem Finger rein nirgendwomit habe ich so viel Gefühl wie mit dem Finger und trage mein Gold ganz hauchdünn und ganz leicht über meinem Ornament auf und was jetzt passiert ist richtig toll jetzt fängt das Ganze nämlich an zu strahlen und man sieht alle alle Details und die Vertiefungen bleiben dunkel das mache ich natürlich auf beiden Seiten und damit ist mein Osterei auch schon fertig und völlig Vintage so schnell ging das Na, wie noch Platz hier an meinem Osterstrauß aber ja doch hoffentlich kommen wir nicht in Kollision ja, ich habe natürlich noch ein zweites Osterei für dich vorbereitet nochmal die Farbkombination die wir eben hatten hellgrün mit lila allerdings umgekehrt und auch hier machen wir genau das gleiche ein bisschen klares Wax gibt der Farbe Haltbarkeit ein bisschen mein Osterei hängt hier strategisch bisschen unglücklich also sieht schlecht gut aus aber es ist strategisch wirklich nicht so toll du darfst es dir doch einmal angucken und ich lege es mal zur Seite so und auch hier trage ich wieder dick und fett das dunkelbraune Wax auf und du siehst ruhig hier ruhig in das hellgrün mit rein das eben noch so shiny aussah und mach alles komplett dunkel und dreckig nehm dann einfach wieder irgendwie ist mein Osterstrauß hier gerade ein bisschen im Weg so wisch das einmal grob ab na meine Vertiefungen hier können noch ein bisschen mehr dunkel haben guck mal das ist noch nicht richtig toll geworden da gehe ich nochmal mit richtig viel dunklem Wax rein und stupfe das richtig in die Vertiefungen rein das schöne am Vintagen ist wenn es mal nicht so wird wie du es willst dann machst du einfach so lange weiter bis es so ist wie du willst und mit etwas mehr Geduld sieht man ja da ist deutlich was passiert und das hier lasse ich genau so das ist ein bisschen Vintage Struktur sieht sehr schön aus und auch hier kommt wieder ein bisschen Gold auf die Rosen das braucht gar nicht viel zu sein das ist so ein bisschen wie abgeschabt abgewaschen und ja so schnell geht es ein sehr schönes Vintage Osterei herzustellen naja ok man muss die ganzen Trocknungszeiten leider einhalten aber danach macht es richtig Spaß geht flott und sieht ziemlich cool aus hier oben ist mein dunkelbraunes Wachs noch ein bisschen ungleichmäßig das verteile ich einfach ein bisschen mit den Fingern und wenn alles getrocknet ist poliere ich es noch einmal mit einem weichen Lappen über dann glänzt das Ganze und sieht dann sehr schön so aus wie dieses hier ja ja also alle Farben sind ausprobiert alle Eier sind angemalt und natürlich ist jetzt die große Frage welche Farbe war es denn und welche Farbe war die beste und ich muss sagen eigentlich haben sie alle gut funktioniert egal ob Jeanne D'Arc ob Annie Sloan oder die Farbe vom Discounter für Ostereier würde ich ohne weiteres jede dieser Farben wieder benutzen alle waren prima alle haben gut funktioniert aber es gibt natürlich riesen Unterschiede die sehr schöne Farbe vom ersten Tag von Jeanne D'Arc mit dem Osterhasen ist sehr schön liquide lässt sich super auftragen hat eine gute Deckkraft hat keine Lösungsmittel riecht gut hat tolle Farben speziell in dieses Blau habe ich mich total verknallt damit würde ich unbedingt mal ein Möbel machen diese Farbe finde ich persönlich ganz toll am zweiten Tag die Kreidefarbe vom Discounter hat für mich überraschend gut funktioniert hat aber nicht so eine gute Deckkraft und sie hat sie ist auf Latex Basis man riecht das sofort da sind Lösungsmittel drin und das heißt die ist ja in geschlossenen Räumen nicht so gut anzuwenden für Ostereier finde ich sie völlig in Ordnung ich würde damit nicht unbedingt ein Möbel machen was ich aber ohne Probleme empfehlen würde wenn du nur einfach Chevy Chic machen willst du willst den alten Gartenstuhl in einer Farbe anmalen ohne Farbverläufe ohne große Schischi dafür kannst du ohne weiteres Kreidefarbe vom Discounter oder auch aus dem Baumarkt nehmen die hat auch oft eine Latex Basis ist sehr viel günstiger ohne weiteres dafür gut solange du nur in einer Farbe anmalst bisschen anschleifen willst perfekt ähm preislich und schlagbar 500 Milliliter kosten so zwischen 5 und 6 Euro also für Gartenmöbel klasse und für Ostereier echt nicht schlecht ja unsere dritte Farbe heute da habe ich das zweite Osterei ist eigentlich die Farbe mit der ich meistens male Annie Sloan etwas dickflüssiger als die Jeanne D'Arc Farbe darum auch etwas sparsamer im Verbrauch ähm weil man sie verdünnen kann und äh ansonsten ja auch genau wie Jeanne D'Arc frei von Lösungsmitteln lässt sich super verarbeiten auch in geschlossenen Räumen beide Farben werden zum Schluss mit Wachs versiegelt oder mit Lack ich bin ein großer Freund von Wachs weil es einfach so schöne Oberflächen gibt und ähm ja also auch ohne äh irgendwelche Einschränkungen zu empfehlen preislich sind die beiden ein kleines bisschen unterschiedlich bei Jeanne D'Arc sind in dieser Größe 200 Milliliter drin und kosten knapp 20 Euro bei Annie Sloan ist in der gleichen Größe 120 Milliliter drin die aber 8,50 kosten das heißt Annie Sloan ist tatsächlich ein ganzes Stück günstiger aber wenn man sich überlegt dass man ein teures Möbel damit anmalt dann ist die kreie Farbe sowieso der kleinste Kostenfaktor und darum äh entscheide ich mich einfach je nachdem welche Farbe ich suche und gucke mich einfach um wer gerade für mein Möbel das ich anmalen will die schönsten Farben hat und dann interessieren mich auch nicht bei einem Liter eine Differenz von 15 Euro denn das Möbelstück mal ich ja für die Ewigkeit und wenn ich den tollen Farbton bei Jeanne D'Arc finde dann sage ich nicht ach mein Gott bei Annie könnte ich ein bisschen Geld sparen beide Farben sind fantastisch beide sehr empfehlenswert und wenn die Farbe klasse ist dann würde ich immer zur Farbwahl greifen ja meine Lieben das war meine Ostereier Challenge und es sind viele schöne Ostereier entstanden die ich ja teilweise verschenken werde teilweise an meinem Osterstrauß aufhängen werde und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren ob irgendjemand das nachmacht und wenn ja dann schickt mir bitte eine kleine Info schreibt mich an auf YouTube schreibt mich an auf Facebook oder Instagram sagt mir ob ihr das ausprobiert habt wie es geworden ist schickt mir gerne Fotos ich freue mich sehr darüber ich wünsche uns und euch allen eine gute Zeit trotz Corona wünsche euch wundervolle sonnige Tage genießt den Sonnenschein wo und wie auch immer ihr das könnt freut euch des Lebens und bleibt schön gesund tschüss bis bald